Oh, schon wieder tot! Ich hasse den! Was? Wie schnell war ich denn tot? Egal, wenn du was machen hattest, wär schön. Dafür bin ich jetzt tot. Nee, ich lebe so... äh... Ich kann mich hinweg, wenn ich... Ich kann mich nur noch ein! Ja, und ich bin jetzt in den Halle nicht so schnell wie die. Was für ein Video überleben? Ähm... Bis spät. Oh, jetzt müssen wir wieder überall durch! Ja, jetzt müssen wir wieder überall durch. Wenn die dann eben ein Checkpoint hinstellen können? Ja, das ist ne gute Frage. Ist da ein Stab runtergefallen sollen? Wann auch noch. So, geh mal... Entschuldigung, aber ich wäre abgesoffen. Okay, ich bin trotzdem abgesoffen, weil nichts mehr war, wo ich stehen konnte. Äh... So... Ist schon mal etwas. Gut, 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 gut! So... So, das Vieh ist weg. Gut, wir sind immer am Leben. Hm... Vielleicht können wir auf die Höhe schießen. So, dann ist das Vieh hier auch weg. Komm! Gut, dann Vieh auch weg. Gut, dann Vieh auch weg. Geh mal weg. Seif gegen die Viecher nix. Kommst du? So, ja, ich komm. Aber das hier hilft, ne? Scheiße, ist das hier nicht. Blödes, blödes... Ja, jetzt hat es mein Schild kaputt gemacht. Ja, jetzt hilf! Hilf dir irgendwie nicht. Mach dein Schild weg. Ja, aber jetzt muss erst mal das Schild weggehen. Oh. So, weiter geht's. So. Wow, wie machst du das? Machine Gun, ähm... Speedy. Ja, nein, du bist sonst Speedy, ne? Nein, bisher habe ich es immer für ein Gerücht gehalten. So. Ah, das Vieh ist auch weg. Schön. So. Wow! Wirk, kotz, kotz, wirk. Mit ein bisschen Wirk, kotze. Scheiße, ich bin weg. Mein Boden ist weg gewesen. Oh, der hat das bei mir einschweilen auch erwischt. Genau, und ich hatte Schild. Ja, das hilft auch nix. Fuck off. Ey, die Stelle... Ey, die Stelle... Die Stelle ist so scheiße mies, dass er scheiße mies ist. Wey, ich verfasst, äh... Der stirbt doch einfach. Ja! Der stirbt doch einfach, genau. Das war nicht für mich! So. Ich habe das viel mitgenommen. Ist schon mal ein guter Zuspruch für mich. Ich bin zwar klar, aber das Fickvieh auch. 五-, Ich bin zwar nicht wie das! Schöne... Scheiß-Stato, ich weiß es... was fand das jetzt ich habe es mal geschafft schön toll ich habe ihn angegriffen mit meinem scheiß Schwert aber es zählte nicht aber dass er mich angreift das ziel vollkommen logisch klar ich 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 habe ich dir erzählt dass er das spiel manchmal nicht mag manchmal auch richtig schön was ich für ein fick viel Spiel halte ist das Vieh weg so hat man noch kurz hier ich bin mal kurz was man geht nicht schauen oh scheiße ich bin tot vor allem du stehst in der Lava ähm ich komme schon brennend raus das ist nicht schön toll ich ah da er ist abgesaufen also das ist mal ein Vorteil den haben wir nicht so oft ja toll aber wir können auch absaufen das ist ja schon lauter ja hallo denkst du warum ich hier die ganze Zeit hier neue Wege mache fang mal Argument dass ich nicht mag aber Argument Teil aus dem Länger wieder an der Wege ne ich habe es auch aus Rücksicht von dir gemacht aber egal Mann wieso klappt das nicht was klappt nicht die Steine schießen Wallerburg ha ha jetzt klappt es doch mal es freut mich jetzt so richtig es freut mich so richtig derfe jetzt ah da habe ich jetzt schon wieder gute Laune Entschuldigung dass ich dich als Fickvieh typisch gezeichnet habe liebes Spiel du hast es aber verdient jetzt kann ich es aber machen ganz unbürokratisch demokratisch BÄM mach was nicht das ich habe dir gerade das Leben gerät das willst du noch Leben ohne ihn oh falsche Tasse sauber ich bin begeistert wuuu so so ich halte mich gleich mal hier oben ich kämpfe gegen die und du versuchst mir wieder zu beleben wenn ich immer drauf gehe ok ja das wäre doch mal was hallo ich war hin da ein Schild ich war's oh Arschloch ich kann mich nicht mal fertig halten da war ich schon wieder tot geht doch der eine ist down naja der stand neben mir er steht noch neben mir hm das ist natürlich blöd so ah das ist gut egal was passiert ist das war gut oh shit noch einer ja geh mal weg geh mal weg geh mal weg geh mal weg wow du hast daneben geschossen ich habe nicht daneben geschossen sah aber bei mir so aus sah gar nicht so aus irgendwie habe ich das Gefühl ich bin hier falsch ne ich denke mal wir sind richtig Feuer mit Feuer bekämpfen ja Entschuldigung ich bin auf die falsche Taste gekommen zählt das also Entschuldigung nein ach dann mach was du willst guck mal ich habe einen Wasser äh Lava Fall eingefroren was jetzt oh hey ich wollte vielleicht mit ne also lasst es mich euch extremst deutlich machen ihr müsst Fafni erklären was geschehen ist abgesehen von seinem Erscheinungsbild ist Fafni ein sehr altes und weißes Wesen gestorben ha ha nebenbei ich fass es nicht ihr bist du doch wieder ey ich bin doch entschieden gewesen ja so gut ey wir sind im nächsten Level Kontrollpunkt wir müssen es nicht mehr machen das ist toll ja 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 also es ist ein Drache mit viel Gold ich habe gehört Drachen stehen auf Gold Fafni er der Orignator er der Drache fertig wer stört meinen Schlummer nah werft euer Leben hin vor denn da Hoffnung auf was ja ich habe es nicht gelesen Reichtum ach Reichtum für diese Respektlosigkeit werde ich euch auslöschen ähm Mögendracheneis der kann burnen ich nenn ihn Bernie ähm ich habe den falschen Zaugen gemacht und bin draufgegangen das ist ja nichts neues so hier du kannst mich nicht töten äh doch war das gerade scheiße oh Gott wie viel Spaß mit dem und jetzt ähm das interessiert ihn jetzt echt viel warte mal kann man Nahkampfangriff machen? ey wahrscheinlich müssen wir da auf seinen Bauch oder so irgendwie ok dann freuen wir uns ja siehste hier nochmal also die Bauche sei schwächer ist das einfach wie gepoint burn ihn weg burn ihn weg ich mag ihn auch nicht ich bin drin ja ich zäbel ihn hier ich zäbel ihn ich zäbel mal mit ja ey lass mich hier so einfach ich mach mal Eis drauf geht irgendwie nicht ich glaub der Kopfdunne wäre zu weh mag dich glaube ich nicht besonders ach das beruht auf Gegenseitigkeit oh was wie bin ich verheißt erklär mir das äh der war ganz schön böse zu mir gerade ich länge ein Ab und Du haust immer schön drauf ne ja das ist die beste Taktik hier im Moment so wozu ist mein Samurai hier wenn man es halt schwer dir nicht benutzen darf es macht den ganzen Boden kaputt es ist ein Drache kollateralschäden gibts überall ja und gleich bin ich äh weg du bist was also ich weiß nicht wie es was hier war aber ich stand gerade im Arschloch Entschuldigung ja dass sie noch von Drachen killen ich bin einfach weg gewesen ja ich weiß komm komm hau mal noch den Draff der ist doch fast da und egal ob ich Schaden bekomme haut drauf man nur du Schaden bekommst mir egal nur ich? der Drachen soll Schaden bekommen oh ich bin oben bei mir bist du unten drachen ja ich oben am Bildschirm meinte ich damit ja jetzt haben wir ihn besiegt so jetzt haben wir Fafnik getötet unsere letzte Hoffnung sauber wir wollen ja nicht töten wir wollen eigentlich ja wir wollen auch nicht gegen den Tod kämpfen wir verstehen das immer falsch Futurus verlaaah äh äh Futurus verlaaah Seid ihr das? ja Fafni ja Fafni genau ich Astatou unser Erzfeind ist zurückgekehrt und versucht Midgard äh äh ganzheitlich zu zerstören helft uns Fafni ihr seid unsere einzige Hoffnung Ja toll, wenn ihr auftaucht, redet ihr bald immer erst. Verstehe, dann verleihe ich euch diese Magie, um Assertur in sein Reich und in die Unsregel zu ziehen, wo ihr besiegt werden könnt. Er lernt Verkörperung. Aber Vorsicht, obwohl seine Macht nur ein Fetzel dessen sein wird, was sie im ätherischen Reich darstellt, wird er doch das mächtige Wesen sein, das Midgard je gekannt hat. Toll. Ich sende euch nun als ans Weltenende zurück, wo diese Paradoxen zuerst Gestalt angenommen hat. Paradoxen? Ja. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Level geschafft, endlich, wir haben den Drachian Bauch gekitzelt, yeah, yeah. Wir haben wahrscheinlich nicht geschafft, ja. Wir haben jetzt schon einmal einen Sch